Alter! Nein! Nee, oder? Nee, ne? Geil! Ich hab das noch nie verkackt! Die einfachste Stelle überhaupt hab ich jetzt! Genial! Super! Den ganzen Scheiß nochmal machen! Die einfachste Stelle im ganzen Spiel hab ich verkackt! Wegen so einem scheiß dummen Fehler kann ich den ganzen Bullshit hier nochmal machen! Ich fühl mich grad so verarscht! Da hab ich nochmal mehr Viecher! Ich glaub immer noch nicht, dass ich das eben verkackt hab! Das glaub ich immer noch nicht! Das ist das erste Mal, dass ich die Stelle verkackt hab! Ich komm mir grad so bescheuert vor! Ich komm mir grad so bescheuert vor! Ja! 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 Ich bin in! Ja! Ja!" Hammer! Ich verfehle das scheiß Maidkit benutzt, obwohl ich es gebrauchen könnte. Geil. Loll, der klebt an der Tür. Miedig. Mann. Mann. Alter. Ah. Nein, Mann. Da. Mann. 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 Nein, immer noch nicht. Alles Starz-Pack. Ich will mit, geht's. Starz-Pack. Es koppelt mit einem Arm weiter, geil. Nein, ich bin mit, geht's. Ich bin mit, geht's. Mann. Nee. Ich hasse das mal. Versuch mit Starz irgendwas zu greifen. Was passiert? Nichts. Keine Munition, nichts. Keine Munition. Keine Munition. Dasselbe Taktik wie vorhin. So mal. Boah. Direkt neben mir das Misty, ey. Alter. War immer so knapp, ey. Oh, wir müssen doch noch irgendwo ein Arm sein. Gut dann eben, nicht. Nee. Ne teure Munition verschwendet. Ich weck gar nix mehr. Soll ich anfangen Steine zu werfen, oder was? Ja super, hier sind ja nicht mal Steine. Mann. Mann, die hier einen mal treffen mit der Schweinze. Drei. Dann ist ich Gienzei. Aller, was war ich zum Kotzen. Worn soll ich schiessen? Ich hab nichts mehr. Jetzt kommt Munition für ne Waffe, die ich sowieso nicht habe. So, zwei Schüsse haben wir nicht mal gereicht. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, als wir sie nie hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingekflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf dem Mini-Marker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf WG7 hatten recht. Das Ziel ergeht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ah, bin ich bescheuert? Wieso kaufe ich Muni dafür? Super, Geld verschwendet. Schön, dass ich nicht die Energie fange. Keine Muni für die Laser-Kamera... Ah, scheiß drauf. Was kostet die hier? Kack drauf. Ne, ich brauch das eigentlich nur für später. Ich brauch nur um die Fiecher, um zu nocken. Ich brauch nur um die Fiecher, um zu nocken. Für Gottes Willen, nicht verkacken. Ins Auge, dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Schön langsam. Ist beim ersten Mal ja noch besser hingekriegt, ey. Ah, das ist knapp, ey. Oh, mein Gott. Der ganze Anzug voller Blut. Und mach schnell. Nichts.